Diese zum Kauf angebotene 5-Zimmer-Doppelhaushälfte befindet sich in Berlin. Das im Jahr 1924 erbaute Gebäude wird über eine Zentralheizung beheizt. Das im Jahr 1924 erbaute Gebäude wird über eine Zentralheizung beheizt. Über 654 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 109 Quadratmetern. Das Haus steht für 289.000 Euro zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017